Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu The Last of Us im Multiplayer mit Vex, Brugger und Fokar. Moin So. Moin. Moin. So, wir haben den Verhör geschafft und das ist richtig epic. Vex und ich, wir sind richtig epic vorangestellt. Epic. Ja, es war ein gutes Teamwork, doch? Also wir haben es echt super. Fokar, ich war noch ein bisschen gehalten. Wir haben es mal sauber gemacht. Wir haben hin so getan, dass wir verlieren und sie haben vorne... Ja, genau. So haben sie schon alle hintergehört, hat ihr schon. Warum wollen wir all die Sache? Schön. Aber ich hatte acht Exekutionen, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich bin da mit zweitbestem Team. Das heißt, wenn ich hätte auch Exekutionen, okay. Alter, bekommt man richtig viele Exekutionen und so Zeugs, nicht schlacht. Nee, schlacht. Ich hätte ja gerne mehr Punkte, noch einen Punkt, dann kann ich mir wieder, will lieber zwei holen. Bei mir ist... Da bin ich dafür noch den Bogen raus. Die Anzeige oben auch verpackt, bei mir steht neun Punkt, Punkt, Punkt. Äh, zu 972. Nein. 1, 0, 3, 0, 8, 0 steht bei mir. Bei mir auch. Moment, bei mir, warte, wo? Oben rechts, die kleine Zahl. Nee, 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 nee. Wenn ihr Select drückt, steht die Statistik von den letzten Spielen. Ja, ja, ja. Achso. 9, 7, 2. Ja gut, das wird wegen Dings sein, weil wir... Wir haben wahrscheinlich zu flippen. Wir haben 9.000 zu 972 verloren. Da stehen ja doch die K.O.s und Exekutionen, ich dachte... Sag ich doch. Ja, während des Spiels stehen die oben nicht. Doch. Nee. Nee, da steht nur Verhör. Genau. Oh, 105. Und Verhör verwert und so Zeugs. Boah, Team Gold, alter. Was ist mit Gold? Der ist Team Gold. Aber er hat erst ein Stern, das heißt, er hat erst mal die Kampagne einmal geschafft. So eine Lusche. Das hat nicht so ein Pro wie du, Volker. Ja. Ich sehe gerade, du hast drei Sterne, du bist ja voll der Nerd. Ey, das ist wirklich so, wenn du so alleine spielst, dann hast du... Support. Der Draft hat mir auch gesagt, alleine ist es richtig kacke manchmal, da hast du da wirklich zehnmal hintereinander, wo du verlierst, ne? Nee. Kann passieren, wenn du einen schlechten Lauf hast. Ja, dann gehst du aus der Gruppe raus, sonst ist gut. Ja, aber trotzdem, hast du doch nicht immer eine Winning Group. Ja. Oh, komm, Kontrollpunkt. Oder wollt ihr heiß cool? Heiß cool. Heiß cool, abwechslung muss sein. Mach jetzt nichts falsch. Ja, komm. Wer ist das heiß cool? Ich hab schon noch einen, nein. Ich hab schon für heiß cool gewartet. So, das nehme ich dann. Wie ist das so langweilig? Ich muss fliege markieren. Wisst ihr, ich sag einmal, bitte nicht zählen. Zentrum. Okay, alle auf Zentrum, los, los, los. Mir ist es egal, solange es nicht Lakeside ist. Wieso habt ihr dann heiß cool gewählt? Ich hab heiß cool gewählt. Weil es ist nicht so dunkel. Aber, das ist bei mir so reflexisch. Ich nehme dann halt immer. Ja, ja, Bru, Bru ist schon okay, du bist bei mir unten durch. Schon, ne? Ich kann bei ihm nicht unten durch sein, er muss mit mir noch einen LPG machen. Ja, da geht das nicht. Du machst mir keinen Level LPG. Er hat mir schon einen Mini-LP aufgenommen, jetzt kann ich gemeint zu ihm sein. Na. Na. Was für mich? Ich hab das verstanden in dieser Gegend als Kaufe. Ach so, ja, das war voll cool. Ja, volles cooles, äh, Browser-like. Volles cooles Flash-Game. Ey, ich mein, ich mein Indie-Game. Welches Spiel? Wiffen. Warte, den muss ich da markieren. Wieso kannst du das nicht kennen? Das kennt man. Woh, ist ein Gewehr. Alter, hört auf, die zu markieren. Ich glaub, ich hab irgendwas falsch verstanden, oder ist Wiffen-Leave. Au, 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 au. Ja, ganz kurz. Yes, Alter, voll den Kopfschuss hier. Ach, wir machen gar nichts. Volle krocher. Ah, Foka, du stellst dich ja wieder vor mich hier. Hab ihn. Alter, Foka, wenn ich dich beim Markieren hab, wirst du... Ja, ich, 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 ich snipe diesmal nicht. Ah, der Foka, ich seh immer nur seinen Arsch. Schön knackig, oder? Ja. Sex? Bye, bye. Voll eklig, du. Iiiiih, der hat der Arsch gesagt. So ein Robbenarsch im Gesicht. Wer will ein Geschenk? Ich hab das Gefühl... Jetzt am Regal vorne ist einer. Nichts ist halt mal nicht so gut. Psch, Mensch, Mensch. Ey, ich hab Geschenke erst Level 1 geschafft. Geschenke? Also Geschenke verteilt. Alter, der ist... Der hat Deckungstraining, der eine Arsch, ich schon wieder. Das ist nicht doch blöd, wenn man markieren will. Oh, ich hab keinen Mond mehr, nein. Nein. Jeder auch rum, wir hab ich richtig aufgeworfen. Ah! Was? Ist doch nicht sein Ernst. Vielen Dank. Oh, noch eine. Verdammt. Au. Alter. Wo ist denn der? Ich seh ihn gar nicht. Der hockt da hinten im Nebel beim Fenster. Ist das jemand von der Tod? Nö. Klapp da. Ach, Mann, das sind so krocher, ey. So richtige Bam-Oida. Bam-Oida. Alter. Oh, verdammt. Ja, Junge. Oh, ich hab erledigt. Ich treff halt nicht, ich bin so schlecht. Und den auch. Oh, okay. Ich kann ihn nicht markieren. Aber... Äh, okay. Die Gruppe ist ja alles klaut. Ich hab einen geschossen, ich darf mir nicht klauen. Jo, 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 jo. Ja. Ihr seid mir voll egal, lasst mich markieren, Mann. Ich hab das recht schlechte Kurschen bekommen. Ich will den Pfeil wieder, der steckt in der Wand vom Krieg. Ja, den will ich auch, aber das geht irgendwie nicht. Ich will den Pfeil, der im Knie steckt. der witz ist so alt er ist länger als mein bart hinter uns sind welchen das ist die leute ja nicht auf der anderen seite mädels erhoffet die doofen kreischen ließ jetzt wissen sie es dass ich aus südafrika kommt schmerz in hohe lauf halt am kind die bombe rein schon okay ja ich bin das ich bin das ja moin du bist das ja ja ich bin das ja moin ich bin nicht gestorben moin moin eigentlich zeigt man das bei uns gar nicht ich weiß gar nicht warum ich das sag ich hab das ist einfach viel besser als hallo ja wie ich habe ihn doch getroffen der lebt noch von molly oder was erzählen wir nicht arschgesicht ich lege man auch hinterm auto auf was wurde ich halte ich sogar noch wo ich glaube ich den arsch du sau ja ja das kannst du lassen weißt du in welchen wirst du für sowas erschossen kracher kracher beim oida sie sind voll höflich habe ich gehört die trauen so die mode und sind so die mode eben aus den berg ich wieder in belgien bis zur führung wir sind hinten alle beim punkt hinten da wo wir eben waren ich renne die in meine bombe rein hier ist eine böse bombe da kommt noch einer ja dann halt weg schon okay ich bin ich bin so schlecht dazu was machen wir uns denn ein moll und hoff ist alle auf der linken sein kann ich den denn nicht vorsicht los aufreutern versprengt er wo denn wo denn wo denn wo denn mit dem messer geht es besser und mit dem messer geht es noch besser nein ich wollte ihn auch messern aber stattdessen exekutiert ich irgendein kacki ich bin ganz alleine hier wo sind denn die ich bin übrigens richtig stolz auf mich hab zwei gemästet klasse klasse ja endlich lobt noch jemand vorsicht da drüben ich bin verletzt kati hilfe ich heil mich schon ich brauche weg ich seh ja keinen wo sind die denn von hinterm lasse sehr gut jetzt heil mich kati bitte bitte kati bitte das ist aber österreichisch das finde ich auch lustig das sagen die leute auch immer ja nur weil der österreicher ist ich bin lechtensteiner übrigens die kennt die schweiz einfach alle gar nicht nur weil ihr nur weil der schweizer ist hat die schweiz eigentlich ne eigene topdomain hat die schnauze das war ein spaßvorkommen ja 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 also wir haben nochmal gesagt dass du jetzt war es aber jetzt wissen es die Leute ja das ist eh gleich gesagt ich kenne dich du wirst du mal ich glaube die kommen von der anderen seite ja ich sehe einen ja lass mich die markieren vor noch ein paar ich brauche übrigens noch 50 vorräte jähn 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 ich bin wieso jähn 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 j encryption jähn jähn Ach, weg mich doch, Mann. Wenn ihr jetzt diese... Wie viele Leute sind es noch? Sag mal. Sechs Leute. Sechs Leute, da welche wohl zwei noch zu markieren schaffen. Hör auf, okay. Hör auf. Da ist es einiger. Ihr halt meine Ziele hier. Alles meine, hier liegen bei Rotstau. Wächst, lass dich rein. Komm her, wächst, komm. Ja, ich hab drei Medipacks, aber... Nein. Halb mich, halb mich. Wir einig. Auf dich zu wehren. Ich dachte, ich lass dich rein. Jeder schwebt eine Fliege über dir. Du stinkst anscheinend. Ich sehe das Fliegen über dir rumschweben. Jetzt steck ich. Das ist kein Gestank. Ich sei ein Gamer. Die können auch von dir kommen. Also, ob ich... Gamer stehen können. So, warte mal. Die sind auf der anderen Seite. Ich hab ne Bombe gehört. Okay, fertig. Ich mein, wir laufen hier auch bald wie... 20 Grad... Hat denn jemand keine drei Medi-Kids? Ich hab jetzt wieder zwei, weil ich mich gehalten hab. Wo ist der Typ? Er ist links von uns. Also links von dem Haus. Du hast drei Medi-Kids. Ja, der ist... Hä? Ja, genau da. Wieso habt ihr alle drei Medi-Kids? Du hast verschwendet, meinst. Ich hab ne Mannschafts-Cocktail. Ja, mir kann ich verschwendet man Medi-Kids. Nein. Oh, noch ein Markieren. Ah, von... Wow. Okay. So, Gott, ich sehe an mich. Deswegen diese Scheiße. Ich benutze Medi-Kids-Cocktail. Wir benutzen Medi-Kids-Cocktail. Ja, gut, ich geb dir gleich eins. Vielen Dank. Ja, endlich. Nehmen wir uns. Von hinten kommt einer. Hast du... Oh, Alter, hör auf damit, Mann. Der ist so blöd, ne? Oh, da ist einer. Da ist einer vor uns. Wartung. Geronimo. Oh, oh, come on. Wirklich? Wow. Wow. Nein. Das war einfach. Und tot. Ja, da ist noch einer vor dir. Komm, der ist noch geprüft. Er haut ab. Er schnallt, er haut ab. Er schnallt, er haut ab. Nein. Ich wollte fein, ich wollte fein. Foka, Foka, Foka. Ja, warte. Und beeilt euch. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Oh, danke schön. Nein, der hat mein Knall. Halt mich, halt mich, halt mich. Los, 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 los. Wunderbar. Ich sehe niemanden. Hier, die sind hier. Ja, da. Wenn Foka sagt, heimlich, heimlich, denke ich immer bloß, mal, bloß, mal. Uffs, Fiddley, uffs, Fiddley. Uffs, Fiddley. Ah, er hat ne, er hat ne Sniper, er hat ne Sniper. Ich hab ne Pistol mit 16 Schuss, das soll reichen. Oh, oh, da war. Im Ernst. Komm mal weg, ich helfe dir. Hab einen. Zweiten hab ich auch. Der ist rein. Bam, bam, bam. Ich bin der Barney Feuerstein. Nee, wie heißt der? Bam, bam, bam. Bum, bam. Komm her, komm her. Ich hab dich geschafft, ich hab dich. Nicht exaktieren, nicht exaktieren, meine, meine. Mann, ich wollte ihn aber töten. Nih, komm. Ich hab genug Vorräte, dass wir den Clown, wenn ihr wollt. Was bist du denn für ein... Ja, ja, Clown. Du bist voll der Ego, ne? Hast du schon mal aufgefallen? So zwischendurch? Überhaupt nicht. Voll. Hauptsache, du kriegst deine Vorräte voll. Ja, wenn ich die Leute töte, will ich auch meine Vorräte haben. Sieh, sorry, aber... Was? Ich kann mal verstanden. Den versteht keiner. Sorry, aber... Sieh, sorry, aber... Keine Ahnung, er redet irgendwelche Sprachen, die kein anderer Mensch spricht. Was nennst du Deutsch? Was nennst du Deutsch? Das nennst du Deutsch, aha. Ich bin mir nicht ganz sicher, was du gerade gesagt hast. Uffs, Vödley! Ja, da ist er, der Kleine. Der muss ja doch irgendwo sein, die Sau. Die dumme Frau, ey. Er glaubt doch nicht ernsthaft, dass er jetzt so lange wegkommt. Doch. Er hat voll Angst. Boah, wie viel. Was? Warte mal, ich will auch ein Geschenk geben. Wer tötet ihn? Kati, hier. Was denn? Ich seh den Johannes. Du willst einen Molly, du willst einen Molly. Du hast einen Molly. Ja, der versteckt sich irgendwo. Er hilft ihn, Tüten. Ja, aber wo? Egal, tötet ihn. Egal, tötet ihn doch, Mensch. Warum schleichen wir uns? Ich hab dieselbe Richtung, weg, da wollte ich doch gehen. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Kill, geil, kill, geil. Die muss ja irgendwo sein. Ich weiß schon, wo er ist. Ich könnte es mit euch wetten, der ist hier oben auf dem Balkon irgendwo. Nee, würde er angezeigt werden. Nee, der ist hier nirgends. Nee, wenn er still sitzt, dann sieht man halt nicht. Schleichmodus hatte ich an. Die dumme Sau, ey. Na, das bringt er. Schleich, ihr seht ihr nicht zwangsläufig mit Schleichmodus, wenn der still sitzt. Wurde, wenn er ein passendes Perk hat. Ja. Was war das gerade? Ah, okay. Wer hat die Bombe aus? Ich hab'n Gelenk. Hier neben. Da, wo wächst es. Molly. Äh, ist der jetzt links oder rechts von mir? Ausräuchern! Ich seh' ihn nicht. Ah, oh, okay, dann. Ich seh' ihn. Stirp. Wir sind erledigt. Hey, ich war grad zu ihm rübergejummelt. Der wieder weg. In der letzte. Wow. 4, 4, 4. Ah, wie Blui, jedes Mal vor mir ist der Asi, Mann. Die Rolle war jetzt nicht so gut. Bester, 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 Bester. Oh, Woche 6, Tag 6. Ey, ich mach' wieder heiler, sorry, Kati. Kein Bock auf 4 Geschenke. 4 Überlebende zu gewonnen. Wir waren 28. Ich hab' 3 dazu. Ich hab' 100 Überlebende. Verbündete Überlebende, plus 10%, yay, 8 neue Klarenmitglieder, 82. Oh nein, Firefly-Angriff. Ich hab' noch 16 Leute, um meinen Hut zu bekommen. Oh nein, Leute, ich denke. Okay, und diese 16 Leute, die kriegen wir nie wieder, weil wir jetzt Schluss machen. Hast du markiert, Kati? Ja, ja, hab' ich. Dann mach' ich heilen jetzt. Okay, bis dann, tschüss. 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 Sag' ich bin Louis. Tschüss.